. Herzlich willkommen zu Für ne Handvoll Donuts, dem besten Filmquiz auf YouTube. Ich bin Jonas, euer Moderator. Ich habe heute zwei wundervolle Gäste mitgebracht, die sich kurz vorstellen dürfen. Hallo, ich bin der Daniel. Wenn Alper sich nicht traut, muss eben Marius dran glauben. Ich bin Marius. Heute zeigen wir Schröck mal, wer der wahre Herr des Quizringes ist. In der heutigen Folge geht es um Kultfilme. Wir spielen 16 Fragen in vier unterschiedlichen Kategorien. Nach diesen Fragen gibt es noch mal eine Bonusrunde, bei der man richtig viele Bonuspunkte abstauben kann und noch mal das Ruder rumreißen kann. Und der Gewinner bekommt am Ende eine Handvoll Donuts. Schröck, freut mich, dass du heute hierher gekommen bist. Ja, vielen Dank für die erneute Einladung. Ich hoffe, nicht Demütigung. Aber ich meine, es hat jetzt zweimal ganz gut funktioniert. Warum soll es nicht auch ein drittes Mal klappen? Ja, heute haben wir mal quasi den Contest und ausgetauscht. Marius, das geht dieses Mal gegen dich an. Bisher haben wir es ja zweimal Alper. Der würde heute hier eigentlich auch stehen. Aber ich mache die Vertretung von Ihnen, weil er leider krank ist. Und ja, dann hoffe ich, dann drücke ich euch beiden die Daumen. Danke. Dankeschön. Und dann würde ich sagen, dass wir zu den Kategorien kommen. Das Besondere bei uns ist ja, dass wir in jeder Folge komplett unterschiedliche Kategorien haben. Die erste Kategorie lautet Bruce Willis. Und das sind Fragen mit dem Synchronsprecher von Bruce Willis. Oh, Manfred Lehmer. Ach du je. Der ist heute quasi auch zu Gast bei uns. Oh, wen hat er noch gesprochen? Vielleicht kommt das vor. Die zweite Kategorie, da wirst du dich bestimmt auch sehr drauf freuen, weil du gerade schon von ihm gesprochen hast. Quentin und Tarantino bei Fragen über die Filme von Quentin Tarantino. Na super. Da habe ich doch schon all mein Wissen irgendwie abgeliefert. Ja, dann ist das ja quasi ein Heimspiel für dich. Naja, vielleicht kommt da jetzt neues Wissen, das ich nicht habe. Dann die dritte Kategorie heißt mehr oder weniger. Das ist was komplett Neues. Das sind mehr oder weniger Fragen. Das werde ich dann gleich nachher genauer erklären. Aber ihr müsst dann sagen, ob es mehr oder weniger ist. Das ist verwirrend. Willis Oscars hat Avatar gekriegt. Mehr oder weniger als zwei. Und die letzte Kategorie heißt noch ein Shot. Und da freue ich mich sehr drauf, weil da haben wir drei Screenshots pro einem Kultfilm, den wir einblenden. Und es wird dann quasi immer ein bisschen einfacher, den zu erraten. Und das Besondere bei dieser Kategorie, und das muss ich euch jetzt mal kurz vorstellen, der Verlierer jeweils dieser Kategorie muss einen köstlichen Ingwer-Shot trinken. Das sind aber hübsche Gläschen, Jonas. Die Gläser sind echt hübsch. Die habe ich von zu Hause mitgebracht. Aber Ingwer ist der Teufel. Ich liebe Ingwer. Aber es ist gesund. Es ist so gesund. Ich liebe Ingwer. Ich mache jetzt viele Fehler. Ich habe eine Ausrede, dass ich verliere. Ich liebe Ingwer. Sehr gut. Dazu kommen wir dann gleich. Ich dachte jetzt wirklich Schnaps. Ich wäre der Schnaps lieber gewesen. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon. Oh, Millioner. Um herauszufinden, wer von euch die erste Kategorie und die erste Punktzahl wählen darf, haben wir normalerweise die Anfangsfrage. Die haben wir dieses Mal aber auf Social Media gespielt. Deshalb checkt At Cinema Strikes Back auf Instagram aus. Und, ähm, ich meine, wir können sicher sagen, Marius hat gewonnen. Deswegen darfst du die erste Kategorie und die erste Punktzahl auswählen. Okay, okay. Ich glaube, ich möchte den lieben Schröck so ein bisschen verabschädigen. Deswegen spielen wir noch einen Shot 200. Noch ein Shot für 200 ist eine Buzzer-Frage. Ihr habt für euch ja wunderschöne Buzzer. Deshalb, falls ihr die Antwort wisst, drückt drauf. Und ihr wisst ja, der Verlierer in dieser Kategorie muss einen Ingwer-Shot trinken. Okay. Das zerstört dich gerade so ein bisschen, oder? Das macht mich wirklich Angst, ey. Ich zeige euch jetzt drei Bilder aus einem Kultfilm. Und ihr buzzert, sobald ihr den Film erkannt habt. Da drauf, ne? Genau, da drauf werden die dann gezeigt. Seid ihr bereit? Ja. Dann kommt jetzt das erste Bild. Welcher Film ist gesucht? Ich sehe es gerade echt sehr schlecht. Das ist durch die Spiegelung. Das könnte sehr viel sein. Wollt ihr ein Bild weitergehen? Ich habe eine Ahnung, aber, uh. Es ist ein Kultfilm, ja? Es ist ein Kultfilm. Das ist natürlich die Frage, was ist ein Kultfilm? Ja. Ja, also ich... Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Bild. Okay. Bei der Backstabwand. Ja. Hä? Das kam mir irgendwie bekannt vor, Ihr kennt diesen Film auf jeden Fall weiter. Ist das vielleicht aber schon so ein Hinweis? Ich habe eine Idee, aber ist das schon ein Kultfilm? Das ist immer die Sache jetzt. Das ist schon 200, ne? Das ist noch nicht hier. Das ist noch Anfänger. Dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Bild. Marius? Ist das Saw? Ist das Saw? Woran machst du das aus? Dass das Saw sein soll? Gute, ist das nicht das Schwein? Ich weiß es gerade nicht so ganz genau. Aber ich weiß nicht. Okay. Saw habe ich jetzt mal eingeloggt. Muss ich einmal kurz nachschauen, ob das stimmt. Saw ist... Schreck, es tut mir sehr leid. Du musst einen Ingwer-Shot trinken. Saw ist richtig. Marius bekommt 200 Punkte. Wie viele Shots möchtest du hintereinander trinken? Ja, weiß ich nicht. Also, nochmal. Aber Kult? Doch, so. Ja, ist der für dich auch noch zu jung für Kult? Naja, also ich meine, Kult definiert sich ja auch darunter, wie Leute bereit sind für diesen Film oder mit diesem Film mitleben. Also, man soll es ja nicht glauben, aber Star Wars oder Herr der Ringe, das sind ja halt auch Kultfilme, weil Leute sich dementsprechend kleiden oder verkleiden und zu gewissen Events irgendwie ins Kino gehen und so weiter. Wobei, ich glaube, Saw hat aber schon... Saw hat, glaube ich, aber genug Impact, was auf das Kippchen angeht und so. Ja, also, es ist halt diese Definitionssache. Ich wette, da kann man bei dem wirklich noch drüber streiten. Ja, gut. Im Prost. Boah, ey. Vielleicht machst du schon mal schrägstrinken bereit. Und? Gut. Hast du dich selber gemischt, Jonas? Natürlich. Aus dem eigentlichen Garten. Ich habe dir einen Supermarkt für mich mischen lassen. Ist das wuchbar. Gut, Marius, du hast gewonnen. Deshalb darfst du weiter auswählen. Ich habe so ein bisschen Angst vor dieser zweiten Kategorie und deswegen nehmen wir die einfach direkt mal, damit die irgendwie schnell weg ist. Quentin und Tarantin... Tarantinted? Tarant... Tarantinted. Quentin und Tarantin Tinted. By Directed. Darantino. Für 200, bitte. Oh, mein Gott. Für 200? Yes. Das ist eine Multiple-Choice-Frage. Ihr seht rechts von euch jeweils mehrere Zettel mit A, B, C und D drauf. Es wird vier Antwortmöglichkeiten geben. Das brauchst du erst später. Deshalb macht die gerne schon mal bereit. Und geht es jetzt darum, wer als Erster das zeigt? Oder geht es darum, die richtige Antworten? Es geht einfach nur um die Richtigkeit. Also es kann auch ganz gut sein, dass ihr beide das Gleiche zeigt und ihr dann beide die Punkte bekommt. Okay, alles klar. Quentin Tarantino erfreut sich einer großen Fangemeinde. Und auch unter prominenten Persönlichkeiten hat der Regisseur einige Fans. Viele Schauspieler reißen sich darum, auch nur eine kleine Statistenrolle in einem seiner Filme zu übernehmen. Ein deutscher Musiker schaffte es, eine winzige Rolle in Inglourious Bustards zu ergattern. Als Platzanweiser. Aber wer war das? Darf ich sagen? Nein, du darfst nicht sagen. Das funktioniert heute leider nicht so. Okay. Das war natürlich ein bisschen zu früh, Schröck, dass du das jetzt gezeigt hast. Ich habe es aber auch. Du kannst das natürlich geheim halten, bis ich alle vorgelesen habe. Ach so, hast du abgeguckt? Nein, du wusstest Bela B, wenn man kann. Bela B. B. Die Ärzte. Ja. C, Campino, B, Thomas Witt. Bela B ist natürlich richtig, der hat eine kleine Rolle als Platzanweiser bekommen. Aber Telenow hat mich auch gefeiert. Mit Wissenrolle. Vielleicht statt Ilaroth. Ja. Ihr bekommt beide 200 Punkte dadurch. Ich schreibe die schnell durch für uns. Und es steht 400 zu 200 Punkten und einem Ingwer-Shot für Schröck. Du darfst dann wahrscheinlich nichts auswählen. Dann darfst du jetzt mal auswählen. Ja, dann machen wir jetzt mal noch einen Shot. Noch einen Shot? Machen wir mal noch einen Shot für 300. Noch einen Shot für 300. Gucken wir mal, wie das diskutieren kann, ob es ein Kultfilm ist oder nicht. Es steht wieder viel auf dem Spiel. Es geht um einen Shot. Gesucht ist wieder ein Kultfilm. Ihr bekommt wieder drei Bilder. Und es wird immer ein bisschen einfacher. Ich dreh's heute jetzt schon mal ein bisschen früher. Ja, genau. Brauchen wir einen Monitor. Deshalb, hier kommt das erste Bild. Es ist ein Schwarz-Weiß-Film. Aber was kann das für ein Schwarz-Weiß-Film sein? Ich hatte erst so... Ein kultiger Schwarz-Weiß-Film. Gab's in Grand Budapest. Wenn ich jetzt was falsch sage... Bekommst du 100 Minuspunkte. 100 Minuspunkte, okay. Dann warten wir noch mal ab. Bist du noch mal abwarten? Ja. Ich hab schon eine Idee. Okay. Dann würde ich sagen, nächstes Bild. Manche mögen's heiß. Manche mögen's heiß. War auch meine erste Idee. Mit Marilyn Monroe ist natürlich richtig. Oh, ein Ingwer-Shot. 300 Punkte für Schröck und einen Ingwer-Shot für Marius. Weißt du, was schlimm wäre, wenn das die Milliliterangabe wäre, die Punkte? Ja, nur so ein Milliliter-Ingwer-Shot für dich. Oh, das ist eine gute Idee. Next time. Next time, genau. So, Marius. Woher wusste er, dass Ingwer einfach furchtbar ist, um es zu trinken? Ich glaube, das ist so eine generelle Annahme. Du findest es ja geil. Ich mag Ingwer. Aber ein Shot ist halt auch schon heavy. Dann cheers. Voll lecker. Scheiße. Ja, dann müssen wir dafür sorgen, dass du noch weitere trinkst. Mir brennt es immer noch. Echt? Ich fand den jetzt überhaupt nicht scharf. Nee. Ja, aber ich bin nicht der scharfe Esser oder Trinke. Und B, du bist ja jetzt auch Ingwer-Fan. Ja. Ich hingegen nicht. Ich bin dafür Fan von... Darf ich? Ja, gerne. Ich bin dafür Fan von Bruce Willis. Bruce Willis. Für wie viele Punkte denn? Ja, und ich bin jetzt mal hier... Komm, wir gehen jetzt mal in die Volle. Wir machen mal 500. Wow. 500 Punkte. Bruce Willis. Das Ding ist doch, wenn ich es nicht beantworte, kriege ich keinen Minuspunkt, oder? Nee, nee. Hier bekommst du keine Minuspunkte. Nur wenn du falsch beantworte. Nur wenn ich falsch beantworte. Das heißt, wenn du nicht beantwortest und ich nicht beantworte, ist es... Leidet niemand. Leidet niemand. Ja. Also, Win-Win für alle. Da bin ich mal gespannt. Okay. Außer du rätst jetzt die Frage und ich nicht. Dann habe ich wieder was für euch parat. Schaut gerne hier auf diesem Bildschirm. Vor ein paar Jahren hat Bruce Willis erneut seine ikonische Rolle John McClane verkörpert. Viele haben es hierzulande nicht mitbekommen. Denn er spielte nicht in einem neuen Stirb Langsam mit, sondern... A. John McClane hatte einen kurzen Gastauftritt in Rambo, Last Blood. B. Willis unterstützte Donald Trump in einem Werbespot als McClane. C. Er spielte in einem hochwertigen Werbespot für Autobatterien mit. D. In einem Stirb Langsam-Sketch mit Late-Night-Moderator Jimmy Fallon. Okay, ihr dürft jetzt eure Antwort verdeckt raussuchen. Ich will nicht her. Achso, entschuldige. Du kannst es doch verdeckt lassen. Ich liebe Rambo, aber den letzten habe ich mir tatsächlich noch nicht angetan. Weil der so doof sein soll. Ihr habt beide eine Antwort? Ja. Deshalb gerne aufdecken. Mario sagt A. John McClane hatte einen kurzen Gastauftritt in Rambo, Last Blood. Und Schreck sagt C. Er spielte in einem hochwertigen Werbespot mit einer Autobatterie. Wer richtig liegt, seht ihr, wenn das Licht eingeht. Tatsächlich kehrte John McClane 2020 noch einmal auf die Bildschirme zurück. Aber weder für Donald Trump noch für Jimmy Fallon oder einen Kinofilm. Er spielte in einem zweiminütigen Werbespot für Autobatterien mit. Vor einem echten Kinofilm muss sich der Werbespot aber nicht verstecken. Lässt uns mal reinschauen. Cool. Welcome to Advance Auto Parts. I need one of those. Is there another way out? You kidding me? Did you know we have reinstallation? Yeah, I got it. Es hat ja so ein bisschen was von a crank mit der Autobatterie. Ja, das auch. Wahrscheinlich war sie dann für sein Hörgerät notwendig. Nein, aber das habe ich mich auch gefragt, ob das schon in die Phase reingefallen ist, in der er wirklich unter seiner Krankheit schwer zu leiden hatte. Beziehungsweise wo sich seine Krankheit noch stärker bemerkbar gemacht hat. Weil man hat ja jetzt wirklich in der Vergangenheit gehört, wie viele Filme er eigentlich nur mit Anweisungen und Knopf im Ohr überstanden hat. Das hat dir 500 Punkte gegeben, deshalb steht es jetzt 1.000 zu 400 für Schröck. Erst 600 Punkte im Vorsprung. Gut, dann machen wir doch mal weiter mit... Ich habe Bock. Ihr habt Manfred Lehmann dafür gekriegt, dass ihr euch die ganzen Sachen einspricht? Ja klar. Deswegen machen wir Bruce Willis mit 300. Bruce Willis mit 300, das ist ebenfalls eine Multiple-Choice-Frage. Deshalb macht schon mal eure Zettel bereit und ihr könnt dann gleich gerne verdeckt auswählen, was ihr denkt, was es ist. Dann würde ich sagen, spielen wir das. Du kannst ja schon vorher schon mal einfach einen Buchstaben nehmen. Das hat ein Problem. Im März 2022 hat Bruce Willis seinen Ruhestand bekannt gegeben. Wir blicken auf eine Karriere voller großartiger Filme zurück. In welchem der folgenden vier Filme hat Willis aber nie mitgespielt? A. G.I. Joe, die Abrechnung. B. Moonrise Kingdom. C. Lucky Numbers Eleven. D. Sieben Psychos. Habt ihr eine Antwort für mich? Ja. Dann könnt ihr die gerne mal umdrehen. Beide D, beide sieben Psychos. In der Fortsetzung von G.I. Joe spielt Bruce Willis einen General, der aus dem Ruhestand zurückkehrt, als ihm bewiesen wird, dass der US-Präsident ausgetauscht wurde. Einen Inselpolizisten spielte er in Wes Anderson's Moonrise Kingdom. Eine der wichtigsten Rollen verkörperte er in Lucky Numbers Eleven. Nur in sieben Psychos hat Bruce Willis nie mitgespielt. Ja. Hat er recht. Hat er recht. Und leider schade, Bruce Willis in dem Film wäre vielleicht auch nochmal eine lese Idee gewesen. Aber Lucky Numbers Eleven wäre für mich zum Beispiel auch nochmal so ein Thema. Ist das ein Kultfilm? Ich würde sagen, ja. Ja? Ja? Weil er so eine kleine Fangemeinde hat, beziehungsweise weil der halt irgendwie in seinem Kern richtige Hardcore-Verfechter hat. Ja, auf jeden Fall. Die den Film wirklich lieben und immer wieder irgendwo präsentieren. Aber er hat es nie so in die ganz hohen Sphären geschafft. Für mich ist das so, man hat den Film entweder nicht gesehen oder man findet ihn geil. Genau. Ich habe aber auch ganz oft von Leuten gehört, also wenn man sich bei uns bewirbt, ist eine unserer Fragen immer, was ist dein Lieblingsfilm? Und ganz oft kommt auch die Antwort Lucky Numbers Eleven. Aber am meisten Herr der Ringe. Das heißt, ihr bekommt beide 300 Punkte. Ja, das hilft dir wahrlich nicht, Marius, weil es steht 1300 für Schröck und 700 für dich. Und Schröck darf weiterhin auswählen, wie es weitergeht. Okay, dann haben wir ja fast alles schon mal gehabt, außer einer Kategorie. Und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, nur mal so reinzufühlen. Ja, ja. Mal gucken, was das ist. Machen wir mal mehr oder weniger für 100. Ja. Mehr oder weniger für 100. Genau. Unsere ganz neue Fragenkategorie. Fragenkategorie. Genau. Also, so halt. Die Regeln für diese Kategorie sind... Links oder rechts? ...folgendermaßen. Mittel, weißt du doch. Ich stelle eine Frage, deren Antwort eine Zahl ist. Mhm. Ich werde euch nach dem Stellen der Frage einige Zahlen nennen. Und ihr werdet dann das Blatt hochhalten und quasi damit antworten, denkt ihr, dass die Antwort höher ist oder denkt ihr, dass die Antwort niedriger ist? Habt ihr dieselbe Antwort oder ist sie wichtig? Ich nenne eine neue Zahl. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel denkt, wie viele Star-Wars-Filme gibt es und ich sage sechs und ihr sagt höher, dann sage ich sieben und höher und acht und Marius denkt, nee, es gibt keine acht, sondern macht niedriger, dann ist quasi die Frage entschieden. Aber sobald ihr, solange ihr die gleichen höher angebt, geht es nur einsam. Ja, ja, ja. Da ist auch so ein kleines Pokerspiel mit drin. Okay, 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 okay. Genau. Sobald sich eure Antwort unterscheidet, bekommt einer von euch eben die Punkte und liegt ihr beide falsch, geht ihr beide aber auch mit null Punkten raus. Okay. Okay. Gut. Ja, aber es gibt keine Minuspunkte, so gesehen, ne? Es gibt keine Minuspunkte. Oh, sehr freundlich. Wie viele Schnitte gibt es in dieser gesamten Szene? Und ich sehe schon ein breites Grinsen von Schreck. Okay. Ich habe eine Zahl im Kopf, aber ich bin nicht sicher, ob ihr stimmt. Ich habe auch eine Zahl im Kopf. Also, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht gab es da zehn. Beide sagt ihr, dass es mehr sein soll. Ja. Mehr als zehn Schnitte. Dann gehe ich mal hoch auf 20. Ihr bleibt beide dabei. Dann sage ich ... 30. Mehr? Okay. 35. 40. Weniger oder mehr? Okay, das ist die erste Unterscheidung. Ihr wollt so dabei bleiben? Du sagst, es sind weniger als 40. Du sagst, es sind mehr als 40. Das ist ja auch ein Hirnpunkt zu machen. Die richtige Antwort lautet, in dieser Szene gab es, Ganze, 50 Schnitte, die aus 77 verschiedenen Kamerapositionen gedreht wurden. Wie viel? 77 verschiedenen Kamerapositionen, die wurden natürlich nicht alle verwendet. Aber Marius bekommt 800 Punkte. Natürlich bei der Alfred Hitchcock-Frage. Ey, der kriegt 800 Punkte für die 100 Punkte. Ja, natürlich. Zum Aufholen. Aber ganz interessant, wenn man mal den Film mit Anthony Hopkins guckt, Hitchcock, da sieht man so ein bisschen Making-of vom Psycho. Das ist so ein Riesenduschkopf, glaube ich, benutzt da für den Close-Up. Sehr interessant. Ich dachte, es waren gar nicht so viele, wie man es eigentlich denkt, sondern ich hatte irgendwie 37 im Kopf. 37? Das ist ja spezifisch. Ich hatte so 68 mal im Moment, das war was anderes. Aber doch 50, okay. Ja, du hast 800 Punkte, Schröck hat 1300 Punkte. Das heißt, du müsstest jetzt 500 Punkte machen, um gleichzuziehen. Das müssen wir nicht in einem Schuss machen. Wir machen nochmal die Quentin und Tarantinit-Buy für 300. Für 300? Oh Gott, ja. Was hat sich Alper bei dieser Formulierung gedacht? Das ist eine Multiple-Choice-Frage, deshalb könnt ihr wieder eure Zettel bereitlegen. Nicht den Pfeil benutzen, wahrscheinlich. So, folgende Frage an euch. Wie heißt die Farm von Calvin, der von Leonardo DiCaprio gespielt wird, in Django Unchained? Hm, ich weiß. Ist es A, Patchwork Farm? Ich höre dieses Blättern. Ist es B, Blueberry Hill? Ist es C, Oakdale? Oder ist es D, Candyland? Umdrehen? Habt ihr beide eine Antwort? Ja, ja. Gut, dann gerne umdrehen. Ihr sagt beide D, Candyland. Blueberry Hill? Ich glaube, es gibt noch einen Song. Ja. Die Figur von Leonardo DiCaprio heißt Calvin Candy. Und der hat seine Farm Candyland genannt. Und die befindet sich übrigens in Chickasaw County in Mississippi. Und ist die viertgrößte Plantage des Staates. Deshalb gibt es für euch beide 300 Punkte. So wird das nichts mit vorbeiziehen. Ne, so wird das gar nichts. Damit steht es 1600 Punkte für Schröck und 1100 Punkte für Marius. Was war denn jemand sagt? Na, ich glaube, es war noch ein Shot. Das war das Ding, oder? Noch ein Shot? Nee, bloß für das. Willst du direkt weiterziehen? Achso, Schröck kann auch gerne aussuchen. Bin ich jetzt dran. Du kannst gerne aussuchen. Ja, du hast doch, also du warst doch eigentlich. Also ich meine, nur dass ich jetzt auch beantwortet habe, heißt ja nicht, dass du nicht eigentlich noch in der Reihe bist. Dann arbeiten wir das mal ab. Quentin Tarantino ist kein Fan von Product Placement, zumindest wenn es um echte Marken geht. Es gibt aber eine ganze Reihe an Fake-Brands und Produkten, die es nur in den Filmen von Tarantino gibt. Also, ich werde euch jetzt nacheinander Marken nennen und ihr müsst dann quasi buzzern, wenn ihr denkt, dass diese Marke nicht in einem Tarantino-Film vorkommt. Okay. Falls sie in einem Tarantino-Film vorkommt und ihr buzzert trotzdem, bekommt ihr 100 Minuspunkte, aber es geht weiter. Okay. Boah, mir fallen so ein paar ein. Und wie viel sind es insgesamt? Das wirst du dann sehen. Zwei. Eine. So. Red Apple. Kay Billy. Big Kahuna Burger. Die gibt es auch wirklich. Hot Wax Records. Die ersten Zweifel vielleicht. Tankoo Brand Beer. Marius? Das sieht so ein bisschen skeptisch aus. Chee-O-Juice. Der hat wirklich viele. Essmart. Essmart ist doch Tanz der Teufel. Essmart ist Tanz der Teufel? Da hast du vollkommen recht. Essmart ist natürlich falsch. Das gibt es nicht bei Tarantino. Das ist der Laden, in dem Ash aus Armee der Finsternis arbeitet. Damit bekommst du 500 Punkte. Soll ich euch noch die anderen Antwortmöglichkeiten sagen? Also, ich hätte noch weitergemacht mit Pizza Planet. Das ist die... Nee, Moment. Pizza Planet ist doch aus Dings, oder? Ist das aus Toy Story? Aus Toy Story, genau. Und das letzte wäre gewesen... Wayne Enterprises. Das ist doch bei Superman in der Nachbarstadt, das Ding. Red Apple ist übrigens die Zigarettenmark. Ich meine, ich glaube, das ist die bekannteste. Die bekannteste, ja. Davon hatte ich mal ein T-Shirt hier. Stimmt. Schade, dass du es heute nicht mitgebracht hast. Ja, ich wusste ja nicht, dass es so viel im Tarantino geht. Again. K. Billy ist ein Radiosender aus Reservoir Dogs. Big Kahuna Burger ist natürlich bekannt. Leckerer Burger. Hot Wax Records ist ein Plattenladen aus Once Upon a Time in Hollywood. Okay, da war ich nicht so ganz sicher. Ja. Und Tenko Brand Beer ist aus Kill Bill. Ist das japanisches Bier? Ja. Okay. Da war ich auch nicht sicher. Aber bei Esma, wo ich dachte, nee, das kann eigentlich nicht sein. Das kann eigentlich nicht sein. Es steht... Oh Gott. 100 Punkte für Schröck und 1.100 Punkte für Marius. Das heißt, 1.000 Punkte Abstand zwischen euch beiden. Ist noch nichts verloren. Und Schröck darf weiterhin auswählen. Was machen wir denn als nächstes? Och, komm, wir machen noch einen Shot, oder? Okay. Wir machen noch einen Shot. Für 100. Für 100. Ich finde, das Verlieren hat auch nicht so schlecht. Für 100. Also ich meine, du bekommst trotzdem keine Punkte. Ja, Punkte. Gesundheit kriege ich. So, ich zeige euch jetzt wieder drei Bilder aus einem Kultfilm. Und ihr buzzert, sobald ihr den Film erkannt habt. Give's the movie. Seid ihr bereit? Ja. Und ready. Das ist schon das Bild? Ja. Okay. Äh... Was ist das? Nudeln? Kabel? Kabel. Machen wir weiter? Ja. Ja. Oh, das war schnell und stark. Das war Sin City. Das ist Sin City. Eins oder zwei. Äh, also ich... 2 ist kein Kultfilm. Ich hoffe, es ist der erste. Also der zweite, den... Den hab ich zu den Atten gelegt. Marth ist, äh, ganz unverkennbar. Stimmt, das waren seine Werkzeuge, mit denen Elijah Wood fertig macht, ne? Ja. Ja, er bindet ihn genau ab und dann... Ja. Gesackt. Können wir auch noch das letzte Bild sehen. Das ist natürlich richtig. Sin City stimmt. Da ist er sogar. Ja. Deshalb... Ein Punkt. Betty. Meine Hände. Oder die wichtigsten. Meine Hände. Also Schröck hat jetzt doppelt so viele Punkte wie du, Marius. Ja, schön. Aber, hier, ich mein, für dich ist es eine Belohnung, oder? Ja, das gibt mir die Kraft. Das ist mein Gummibärensäft. Ach, diesmal ging es auch viel schneller. Ah. Also ich hab noch einiges übrig, weil wir haben ein paar Flaschen zu viel gekauft. Der Zeitschuss ist ein bisschen schärfer. Ja. Gut. So. Was machen wir denn dann? Es steht 2200 zu 1100. Machen wir doch nochmal Bruce Will Es. Ah. Und zwar 200. Bruce Will Es für 200 ist eine Multiple-Choice-Frage. Okay. Und, würde ich sagen, gebe ich ab an... ...unser lieben Bruce Will Es. Herr Limmer. In Deutschland gehört zu einem großen Schauspieler immer auch ein Synchronsprecher. Der Stammsprecher von Bruce Will Es bin ich. Nicht nur Will Es. Auch andere Stars habe ich gesprochen, wie Gérard Depardieu, Dolph Lundgren oder Kurt Russell. Ich komme aus Berlin und bin hin und wieder auch vor der Kamera zu sehen. Wie heiße ich? A. Martin Landau. B. Michael Schleitner. C. Max Liebermann. D. Manfred Lehmann. Gut, dass wir es schon mehrfach gesagt haben heute. Ja, okay. Ich meine, die Frage war ja klar, dass die kommt, wenn wir... Dann hätte vielleicht fragen können, in welchen Filmen habe ich selbst mitgespielt. Hättest du das auch beantworten können? Ich hätte zumindest ein, zwei Filme von ihm mitgespielt. Ich habe da so ein Tatort oder sowas dabei. Also, ich glaube, irgendwas öffentlich-rechtlich gesehen ist. Also, ein deutscher Schauspieler ist noch nicht ein Tatort. Das ist für mich wirklich ein Redel. Das ist kein Schauspieler. Dann zeigt mal gerne eure Antwort. Ihr habt beide D. Ja. Und ob das wirklich richtig ist, wird euch... Herr Lundgren selber sagen. Antwort, Max Liebermann ist ein Maler und zählt zu den bedeutendsten Vertretern des Impressionismus. Michael Schleitner ist ein Schweizer Diplomat und arbeitet in Großbritannien. Martin Landau ist zwar auch Schauspieler, aber aus den Vereinigten Staaten. Ich bin Manfred Lehmann. Übrigens, wenn ihr nicht genug von meiner Stimme bekommen könnt, hört doch mal in den neuen Podcast mit mir rein. Knallhart entspannt. Link findet ihr unten. Knallhart entspannt. Knallhart entspannt. Nicht schlecht. Das heißt, ihr habt beide richtig antwortet und bekommt beide 200 Punkte. Du hast 1300 Punkte, Marius. Hey, vierstelle ich immerhin, ja? Und du hast 2400 Punkte. Okay. Dann würde ich sagen, wie geht es weiter? Ja, komm. Mehr oder weniger für 300. Mehr oder weniger für 300. Da könnt ihr gerne wieder eure Pfeilkärtchen bereitstellen. Ihr wisst ja noch, wie es geht. Ist auch gar nicht so einfach, wie man das denkt. Nee, nee, nee. Überhaupt nicht. Aber wir müssen ja weitermachen. Machen wir jetzt Schluss? Ich höre einen neuen Podcast von meinem Thema. So, für 300 Punkte. Die Halloween-Reihe ist ohne Zweifel Kult. Sie begann 1978 mit dem ersten Teil von John Carpenter. Zuletzt erschien mit Halloween Ends das bisherige Ende der Reihe. Aber wir sind uns sicher, das wird nicht der letzte Film des Franchises gewesen sein. Wenn man die Laufzeit aller bisher erschienenen Filme aus der Halloween-Reihe zusammenzählt, welche Zahl würde man erhalten? Warte mal kurz. Lass mich mal einmal im Kopf überschlagen. Ja, natürlich die Frage, wie viele Filme gibt es und wie lange sind die ungefähr? Ich würde mal eine erste Zahl in den Raum werfen. Was sagt ihr denn zu Directors Cut oder nicht? Eine Minute. Also ihr sagt, beides ist höher auf jeden Fall. Ich hoffe, das geht jetzt nicht wirklich im Minutentakt. Dann gehe ich mal auf 100 Minuten. Dann gehe ich mal auf 600 Minuten. 600 Minuten. Es sind mehr als 600 Minuten insgesamt die Laufzeit der Halloween-Reihe. 700. Warte mal, langsam, langsam. Ja. Es sind mehr als 700 Minuten? Ja. Dann sage ich doch mal 800. 800 Minuten. 900 Minuten. Sind es mehr als 1000 Minuten insgesamt an Halloween-Content? 1100? Das sieht aus wie so ein Standbild bei mir. Frisk. 1200. Okay, bleib standhaft. 1300. Warte mal, das muss ich mal überlegen. Das muss ich überlegen. Warte mal, du bleibst. Warte mal, lass mich auch mal kurz. 1300 Minuten. 1300 Minuten gegeben. Für XY-Filme. Pokern. Pokern? Ich sehe deine Antwort nicht. Ach so. Ach so, ihr habt einfach weggedreht. So. Es sind weniger als 1300 Minuten. Schreck. Ich hatte eine andere Zahl im Kopf gehabt, aber so dumm überschlagen. Sind es mehr als 1300 Minuten? Eine Antwort hätte ich gerne jetzt. Es ist niedriger. In meinem Kopf hätte ich es 1423 eigentlich geliked. Ihr habt beide recht. Na klar. Also mittlerweile gibt es 13 Filme in der Reihe. Der kürzeste ist Halloween H2.0 mit 86 Minuten. Und der längste ist 111 Minuten lang Halloween Ends. Das ist doch das Schlechteste. Im Schnitt sind die Filme 98 Minuten lang. Und genau, 1268. Ihr habt beide richtig gelegen. Deshalb bekommt ihr beide auch die Punkte. Marius, ich würde sagen, du musst langsam ein bisschen voran kommen. Ja, ihr macht ja alles nach hier. Und wie findest du so Zwischenstand? Bist du jetzt wieder ein bisschen positiver gestimmt als vom Anfang? Ja, wie gesagt, es ist immer wieder das Gleiche. Man kommt hierher, man ahnt Übles. Und dann muss man feststellen, oh, guck mal, so schlimm war es gar nicht. Die Jungs von CSB sind alles Idioten. Die wissen das. Das habe ich nicht gesagt. Also ich finde ja schon ein paar schöne Sachen. Also bei dem Christopher-Nohlen-Rätsel musste ich, da habe ich gedacht, wenn das jetzt weiter so geht, dann bin ich hier auch gearscht. So, komm, dann machen wir jetzt hier nochmal die, schließen wir ab. Bruce, schließen wir ab. Machen wir mal die 100 von Bruce Willis. Finish. Das ist auch eine Multiple-Choice-Frage. Okay. Stimmen langsam. Vielleicht. Gut. Jepi-Jepi-Jepi-Jepi-Jepi-Schweinebacke. Bruce Willis ist berühmt für schlagfertige, hartgesottene Figuren und zählt zu den bekanntesten Stars der USA. Vom Magazin Empire wurde er auf Platz 22 der 100 größten Filmstars aller Zeiten gewählt. Von allen Bruises unter den Schauspielern ist er wohl der bekannteste. Noch vor Bruce Campbell, Bruce Dern und Bruce Lee. Dabei ist Bruce nur sein Zweitname. Was ist der erste Vorname von Bruce Willis? A. John. B. Walter. C. David. D. Larry. Ist es John Bruce Willis, ist es Walter Bruce Willis, ist es David Bruce Willis oder ist es Larry Bruce Willis? Weißt du es? Nicht wirklich. Ich habe eine Tendenz. Also ich schwanke zwischen zwei Namen. Das kann ich ja sagen. Ja, ich auch. Aber das eine... Naja. Ey, pass auf. Ey, ist egal. Ich mache jetzt einfach. Ich sage B. B. David, ich auch. Bei Larry, ja. Walter. Mit vollem Namen heißt er Walter Bruce Willis. Die richtige Antwort ist also B. Ja, ich hatte B und D. Äh, B und C hatte ich. Echt? Also David oder Walter hatte ich irgendwie. Ich dachte so A, kann ja voll die Trap sein. Es wäre halt ein witziger Zufall einfach wegen John McClane. Aber na komm. Komm. Das wäre ein bisschen weird. Damit steht es 2800 Punkte für Schröck und 1700 Punkte für Marius. Geht noch? Wir haben jetzt noch insgesamt vier Fragen übrig. Und dann noch eine Bonusrunde. Also es ist noch eigentlich noch alles drin, Marius. Jetzt ist jetzt ein Shotrun. Ja. Willst du? Nein, das können wir machen. Ja, komm. Na komm, dann machen wir noch einen Shot für 500. Noch einen Shot für 500. Leute, es hat mich so gefreut, dass ihr diese Kategorie jetzt gewählt habt mit 500 Punkten. Weil... Jetzt wird es richtig... Jetzt wird es ein super Special-Ding. Jetzt kann er ja Special-Dinges. Also, der Faria von euch wird wieder einen leckeren Ingwer-Shot trinken. Aber dieses Mal gibt es ein ganz besonderes Topping dafür. Komm, was? Bei Marius. Marius kennen wir. Wir wissen, dass Marius eine Sache überhaupt nicht mag, die er eigentlich mögen will, glaube ich auch. Marius mag keine Pilze. Deshalb habe ich heute Morgen in der Küche einen Champignon angebraten, den es als Topping gibt für diesen Shot. Oh, wenn es wenigstens ein anderer Pilze wäre, weißt du? So, jetzt, was kriege ich? So, Schröck. Bei dir hatten wir das Problem, wir wussten nicht so ganz, was magst du denn nicht so? Äh, Ingwer. Ja, das wissen wir jetzt auch. Aber wir hatten Kontakt zu deiner Frau Silke. Boah, das hat die mir natürlich nicht erzählt. Sie hat uns bei Instagram gesagt, dass du Salatgurken hast. Was? Du bist ja eine Katze. Ich hasse, ja wirklich, Gurke ist für mich das Unnützeste, das Überflüssigste, das wirklich, das Existenzunwürdigste Gemüse, das es auf dieser Welt gibt. Was ist mit Gurke? Das ist, glaube ich, mal wirklich eine Unpopular-Opinion. Ja. Salatgurken. Also Gurke-Sauber. Jeder mag Gurken. Ich mag diese Mix-Pickles, da habe ich kein Problem mit so. Aber eine Gurke, da kann ich auch nichts, Luft oder sonst irgendwas essen. Ich habe das extra für euch hier so schon mal verpackt, dass ihr es vielleicht schon mal sehen könnt. Das gibt es als Topping für euch. Weißt du, dieser Pilz ist nicht mehr frisch. Und der ist ja doppelt so groß wie die Gurke. Achso, nee, ich habe da zwei reingemacht. So, ich bin auf Nummer sicher gegangen. Ich habe ihn aber extra lecker angebraten. So, dass ihr schon mal seht, um was es geht. Lecker liegt im Auge des Betrachters. Oh, jetzt ist der Druck natürlich auf einem anderen Niveau höher. Ja, okay. Ingwer und Gurke. Oh, meine Frau, danke, ey. Danke. Also, es ist wieder eine Buzzer-Frage. Ich werde euch wieder hier drei Bilder zeigen. Und ihr müsst mir sagen, aus welchem Kultfilm diese Bilder stammen. Seid ihr bereit? Ja. Es geht um Champignon oder Salatgurke. Ich glaube, die 500 Punkte sind ihr gerade ja nebensächlich. Deshalb würde ich sagen, das erste Bild. Oh. Ich weiß es. Ich weiß es. Ja? Ja. Du willst aber noch ein Bild abwarten, oder? Ich warte noch ein Bild ab, ja. Marius? Ich mache mal nächstes Bild. Traffic, die Macht des Kartells von Steven Soderberg. Traffic, die Macht des Kartells von Steven Soderberg. Ich will einmal kurz gucken, ob das stimmt. Marius. Du hast Glück. Du magst zumindest den Ingwer-Shot. Oh, Mann. Traffic, oh Gott, ist das lange her. Ich habe einen anderen Film, diesen furchtbaren Hitman-Film, der 2020 rauskam, der hat so einen ähnlichen Shot. Wie ist das? Mit dem Hubert Fiend? Der mit Anthony Hopkins. Das ist der schlechte Film von Anthony Hopkins. Kann ich das eins lassen nicht da draus? Ja, okay. Das ist schon ekelhaft. So. Ii. Boah! So, das Schlimme kommt doch erst noch. Nee, das ist gut. Das ist minder. Boah, ist der groß. Und du magst keine Champignons? Nein? Ich glaube, da steht jetzt auf die Konsistenz. Ich glaube, das finde ich da ein bisschen fies. Ich habe auch noch einen zweiten. Nee, komm. Aber die Konsistenz, das kenne ich. Boah, uah. Das ist so bei mir mit Grießbrei oder Milchreis. Das fühlt sich immer in meinem Mund an, wie erbrochen ist. Oh, hier. Aber man merkt, dass es ein Alper-Quiz ist. Foltern ist im Programm. Boah, fuck it. Aber es steht mittlerweile 3.300 Punkte für Schröck und 1.700 für Manus. Wie froh bist du, dass die Gurke an dir vorbeigegangen ist? Wirklich sehr froh. Kann ich die Gurke essen? Willst du die Gurke essen? Geh mir die Gurke. Es tut mir leid für alle Gurkenfreunde da draußen oder Gurkenfans, aber ich finde das furchtbar. Wo ist der Rest der Gurke? Der ist im Kühlschrank. Ich dachte auch so, weißt du, ein so ein Pilz, da muss auch eine ganze Gurke essen eigentlich. Also wir haben dich verarscht. Es gibt keine Donuts zu gewinnen, man kann eine Salatgurke gewinnen, die so angeschnitten wurde. Geil. Jetzt noch Zimt oben drauf und ich bin in Hemm. Boah, danke. Das wird mir das nächste Mal zimt. Zimt kannst du dir merken. Das ist auch für mich so ein Modestu. Ich dachte auch, dass du Zimt auspackst als Topping. Zimt kannst du auch nicht ab? Ich hasse Zimt. Alter. Ja, Schöck, du darfst weiter auswählen. Dann machen wir doch noch mal die andere Kategorie voll, die wir noch nicht voll haben. Oder bei der wir noch eins haben. Quentinnen und Tarantined. Bye. Für 100 Punkte. Das ist eine Multiple-Choice-Frage. Deshalb dürft ihr gerne wieder. Spricht die Manfred Lehmann? Nee, diesmal nicht. Spricht Jonas Ressl. Same, same. Nee, der Schwarzwald will es. Welcher dieser Filme von Quentin Tarantino startet auf einem Flughafen? Ist es A, Reservoir Dogs? Ist es B, Jackie Brown? Ist es C, Once Upon a Time in Hollywood? Oder ist es D, Death Proof? Das ist eigentlich relativ obviers, oder? Ja, das ist ein Tunner-Kump. Wenn ich jetzt vertue, ist es natürlich dumm. Aber ja, vielleicht vertut ihr euch, ja? Ich sage, dürfen wir umdrehen? Ja, ihr dürft umdrehen. Ich sage B. B, Jackie Brown. Ist relativ offensichtlich, weil Jackie Brown arbeitet ja auch als Flugbegleiterin für eine Fluggesellschaft. Und diese Kamerafahrt ist halt auch großartig. Also, es ist so einfach, wie sie ist. Einfach die Frau auf dem Laufband stellen, aber es passt mit der Musik und dem ganzen Setting so. Pam, brilliant. Ja, es steht 3.400 Punkte für Schröck und 1.800 Punkte für Mario. So viel gleich. Das ist gut. Dann, es bleiben noch zwei Sachen übrig. Mehr oder weniger, äh, 200. Mehr oder weniger für 200 Punkte. Macht dann schon mal eure Zettelchen bereit. Im legendären Spider-Man von Sam Raimi kommt es zu dieser Szene des Films. Wow, great reflexes. Jetzt geht es darum, wie oft er das geübt hat. Die Frage ist natürlich, wie viele Menschen sind im Bild? Nein. Genau, hier wurde nämlich nicht getrickst. Tobey Maguire fing die Lebensmittel wirklich mit seinem Tablett auf. Wie viele Takes waren für diesen Shot notwendig? Wie oft mussten die das neu drehen, bis es geklappt hat? Boah, ich habe das, glaube ich, bestimmt mal gelesen, aber ich wüsste es jetzt nicht mehr. Zehn Takes. Oder sag ich mehr. Mehr oder weniger. Weniger? Du sagst weniger als... One Take. One Take. Ist das so ein Elton Ripley, ist die Gone and Weaver move mit dem Basketball-Ding, einmal und es hat geklappt und deswegen auch so... Geil. Wow. Also du sagst jetzt weniger? Ich poker jetzt hier mal. Und du sagst mehr? Ja. Wenn wir es gleich ziehen, ist ja doof. Deswegen... Das hat er in einem Take geschaut? Das hat mich jetzt gerade so ein bisschen überrascht. Äh... Marius! Also... Du bist noch nie so falsch gelegen. Scheiße. 156 Takes haben wir gebraucht, bis sie es im Kasten hatten. Komm, 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 komm. Damit hast du natürlich die Bunde bekommen. Man kann doch mal pokern. Musste ja sein. Also, wenn das in einem One Take ist, das wäre schon wirklich Hammer. Kennst du das aus Alien 4? Ja, der hat so ein Basketball kommen und Ron Perlmann so, oh geil. Ja, kann sein können. 156? 156. Das Einzige, also die haben kein CGI oder sowas eingesetzt, das Einzige, was quasi fest war, die haben seine Hand an das Tablett dran geklebt. Das ist ja nicht mal gecheatet, weil Spider-Man kann das auch. Schreck, du bist weiterhin dran. Es steht 3600 für dich und 180 für Marius. Äh, 1800 für Marius. So schlecht ist es jetzt auch nicht. Null zählen doch nix. Ja, dann bleibt ja nur noch eins, ne? Dann bleibt ja, stimmt, es bleibt nur noch eins. Mehr oder weniger. 500. Deshalb könnt ihr quasi die Pfeile auch direkt mal in der Hand. Jetzt kommt so eine Fangfrage mit einmal. Ja, ja, ja. Wie irgendwo in der Basketball. Boah, das wär's. Ist Titanic ein Kultfilm? Mehr oder weniger. Nein. Schwer zu sagen. Kultfilme haben keine Definition. Aber eines ist klar, auch wenn der Film viel dazu gedichtet hat, war der Auslauf der RMS Titanic im Jahr 1912 ein Jahrhundertereignis. Das Passagierschiff zählt wegen ihrer tragischen Umstände zu den bekanntesten Schiffen der Geschichte. Wie viel kostete aber damals als ihr Bau in US-Solar? Also jetzt nicht inflationsbereinigt. Den damaligen Preis, wie viel Dollar hat das damals gekostet? Ein Dollar. Es gibt eine Verschwörungstheorie zu dem Ding. Es gibt mehrere. Dass sie das Schwesternschiff abgewrackt haben quasi, dass es irgendwie Schrott war, dass die Schiffe ausgetauscht haben. Es war wohl auch so auffällig, wie viele reiche, wohlhabende, einflussreiche Menschen an Bord dieses Schiffes waren. Ja. Also das war wohl, also man sagt, es gibt da so eine Verschwörungstheorie, dass es halt nicht zufällig war, dass genau diese Gruppe an Menschen oder diese, dieses hohe Klientel an Menschen an Bord war bei dieser Fahrt. Aber ja gut. Aber was hat das Ding gekostet? Was hat das Ding gekostet? Was hat das Ding gekostet? Ich sag jetzt mal, 100.000 US-Dollar. Boah, was? 1912? 1912. Da war natürlich... Ey, da hast du ein Haus wahrscheinlich für 400 Dollar ein Haus bekommen oder so. Keine Ahnung. Ich sag höher. Ich sag auch höher. Höher als 100.000 US-Dollar. Dann geh ich mal hoch auf 500.000 US-Dollar. Boah. Was kostet denn so ein Schiff heute? Und was ist das? 500.000 US-Dollar. für ein riesiges, fettes Schiff. Also da reden wir halt jetzt so von Materialkosten, Herstellung, also von Arbeitszeit und so weiter und so fort. Das Ding ist vom Stapel gelaufen und hier ist die Rechnung. Dankeschön. Wahrscheinlich war es, ja. Mit der Sektflasche für die Tau-Foto-Order. Ja, ich glaub, die gehört dazu. Die gehört dazu. Die kriegt man, glaub ich, geschenkt. Gerundet, der Betrag. Okay, okay. 500.000 US-Dollar. Oh, 500.000 US-Dollar. Sagt ihr mehr oder sagt ihr weniger? Ja. Ich mein, das war damals schon ne Arschvoll Geld, ne? Ja, aber es ist halt das Schiff gewesen. Ja, ja. Kann auch sein, dass sie sich... Kann ich da auch hören. Ich glaub, dass sie sich auch ein bisschen so, wenn es so ist wie heute, so ein bisschen verkalkuliert haben, so, ja komm, kostet so und so viel. Ups, doppelt so teuer. Ja. Oder man macht halt Werbung damit. Ja, ich mein, das ist das Luxusding gewesen. Dann geh ich mal hoch auf eine Million. Eine Million. Eine Million. Goldständer. Ja, ne? Eine Million. Hat der Bau der Titanic mehr oder weniger als eine Million US-Dollar gekostet? Ich hab das, glaub ich, auch noch nie gelesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht vor X Jahren. Und das ist auf keinen Fall was, was ich weiß. Ich sag, ich sag höher. Ich sag auch höher. Höher als eine Million. Dann sag ich doch mal zwei Millionen US-Dollar. Boah, es ist... Zwei Millionen US-Dollar für den Bau der Titanic. Das hab ich nachher auch noch für euch parat. Was? Achso, war der Film teurer als das Schiff? Ich mein, das ist ja... Ich mein, das ist ja... Dieser Betrag ist natürlich nicht inflationsbereinigt, deshalb kannst du es ja auch nicht so vergleichen. Ich hab aber natürlich auch noch den inflationsbereinigten Betrag von der Titanic. Das gibt bestimmt so ein Funfact. So oft könntest du die Titanic kaufen... Ich sag höher, komm. Höher als... Zwei Millionen. Zwei Millionen. Ja, dann gehen wir auf drei Millionen. Ich hab ja so Zero-Arno. Pass auf, wir müssen eh zu einem Ende kommen. Ja, klar. Also ich sag dann... Ich sag beide weniger. Ich sag 2,4 hat das Ding gekostet. Ja, irgendwie so 2,5... 2,4 Millionen US-Dollar. Der Bau der Titanic hat 1912 7,5 Millionen US-Dollar gekostet. Wow, wow, wow. Wow, keine Punkte. Das heißt, ihr habt beide leider keine Punkte. Schade. Inflationsbereinigt werden das jetzt heutzutage übrigens 200 Millionen US-Dollar. Das geht ja aber. Und das ist eigentlich ganz witzig, weil der Film teurer war als die echte Titanic. Der Film hat drei Millionen gekostet, ne? Ja. Funfact? 7,5? 7,5 Millionen US-Dollar. Was hat er eigentlich gespielt? Er würde mal kaufen. Ja, nicht mehr an, ne? Fünfmal so kaufen können. Und falls ihr euch jetzt fragt, was kostet eigentlich so ein normales Kreuzfahrtschiff? Das teuerste Kreuzfahrtschiff der Welt, die Symphony of the Seas, wurde 2018 fertig gebaut und die kostete 1,3 Milliarden US-Dollar. Aber ja. Wo waren wir jetzt bei drei gewesen? Wir haben gesagt, es kostet weniger als drei. Also so zweieinhalb wäre für mich jetzt damals... Weil man muss ja auch bedenken, Stahl, das kostet ja auch alles eine Menge irgendwie. Ist auch einfach sauviel Material einfach. Ja, und dann könnte ich mir vorstellen, dass es halt damals noch alles so... So krasse Hölzer halt hatten, oder? So diese ganzen Luxus-Kabinen, das muss man ja auch... Aber eigentlich schon, ne? Ich meine, Leonardo DiCaprio, oder nee, der Architekt, der erzählt ja alles, ne? Also was da so toll ist an dem Schiff. Ja. 7,5, ja gut, ey. Aber gespart halt an der Außenhülle, ne? Ja. An den Rettungsbooten. Und auch. Damit... Keine Punkte für uns beide? Keine Punkte für euch beiden. Und damit steht es 3.600 für Schröck und 1.800 für Marius. Das ist quasi doppelt so viele Punkte wie Marius Schröck. Und... Kommen wir nicht mehr. Damit kommen wir zur weltbekannten Bonusrunde. Die Bonusrunde ist diesmal was komplett Neues. Heute? Das müssen wir eigentlich in so einem Wischer irgendwie einfangen. So komplett so, wie so aus dem 80er Jahre Serie. Ja. Ja. Genau, die Bonusrunde ist diesmal was ganz Besonderes. Das haben wir so in der Form noch nie gemacht. Und zwar geht es heute um Filme, in denen ein ganz besonderer Mann mitgespielt hat, den ihr beide liebt. Harrison Ford. Ja, ein Helper-Quiz. Wer kann mir mehr Filme und Serien aufzählen, in denen Harrison Ford mitgespielt hat? Es ist aber keine Nacheinanderfrage, wo wir sagen würden, ihr müsst so lange quasi nacheinander Filme nennen, bis einer nichts mehr weiß und dann bekommt der andere die Punkte. Dieses Mal ist es ein bisschen anders. Ich habe eine Idee. Ihr müsst jetzt nämlich pokern. Ich habe eine Idee, dass es so lange nicht mehr geht, da muss Marius aber auch abliefern. Er hat dann zwei Minuten Zeit, um so viele Filme zu nennen. Und jede richtige Antwort gibt 200 Punkte. Aber solltet ihr auch nur einen einzigen Film oder eine Serie zu wenig haben, bekommt der andere die volle Punktzahl, ohne irgendwas zu machen. Das ist fies. Eine kleine Bedingung, der Film muss bereits erschienen sein. Also, ja. Also, ja. Oder der neue, irgendwie, weiß nicht, der neue Marvel-Film. Ja, dann würde ich sagen, Schröck, wie viel würdest du denn schaffen, aufzuzählen? Muss ich dir den gesamten Titel nennen? Also, brauchst du den kompletten Titel, wenn ich jetzt, oder reicht dir auch, wenn ich jetzt sage, Teil 1, 2, 3 und 4? Das reicht auch so, ja. Also, es gibt, ne, du kannst natürlich auch, es gibt zwei Minuten Zeit. Du kannst auch was Falsches sagen, das wird natürlich dann nicht gezählt. Oder das ist dann auch nicht vorbei oder sowas. Okay, dann will ich gerne von dir die erste Zahl hören. Wie viele würdest du aufzählen können, Schröck? Mindestens 15. Mindestens 15. 16. Marius sagt 16. 17. 18? Oh Gott. Marius sagt 18. 18 Filme mit Harrison Ford. Gehst du noch höher, Schröck? 20. 20 Filme mit Harrison Ford. Okay, warte, kann ich kurz einmal nachdenken? Ich glaube, darum geht es ja nicht. 20 Filme mit Harrison Ford. Also, 20 Filme und Serien, sorry. Nee, 20 nicht. Glaube ich nicht. So. Ich bin gespannt, ob du wie gesagt hast, die ich im Kopf habe. Das ist jetzt für mich das Spannende. Okay, dann haben wir 20 Filme quasi eingeloggt. Du hast jetzt dann gleich zwei Minuten Zeit, mir die alle zu nennen. Und wie gesagt, falls du nur, falls du ein zu wenig hast, nach den zwei Minuten, bekommt Marius die Punkte. Das heißt, das wären 20 mal 200. Ui, das kann keiner rechnen. 4000. 4000 Punkte. Das ist also spielentscheidend. Alles oder nichts. Und ich muss nichts mehr tun jetzt. Boah. Gut. Bist du bereit? Moment, dann starte ich den Timer. Und du darfst ab jetzt sagen. Also, kriegt der Sterne Teil 4. Teil 5, Teil 6, Teil 7 und Teil 9. Okay. Ja, 5 Stück. Indiana Jones 1, 2, 3 und 4. Ja. Mosquito Coast. Ja. Damit wäre ich bei 10. Ja? Ja. Gut. Dann, in Sachen Henry. In Sachen Henry, ja. Apocalypse Now. Apocalypse Now, ja, richtig. Zählt E.T.? Auch wenn er rausgeschnitten worden ist? Nee, zählt nicht. Zählt nicht. Oh, fuck. Äh, okay. Äh, was hatte ich gehabt eben? In Sachen Henry, Apocalypse Now. Äh, der einzige Zeuge. Ja. Ähm, frantic. Frantic, ja. Stunde der Patrioten. Stunde der Patrioten, ja. Ähm, Firewall oder so heißt der, glaube ich. Firewall, also, ja. Ähm, wie viel Zeit habe ich noch? 48 Sekunden, also bis... Oh, ist das lang? Fuck, 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 fuck. Stunde der Patrioten. Äh, wie hieß der andere Jack Ryan Film? Äh, äh, da. Es gibt noch ein paar sehr offensichtliche. Mhm. Hey, keine Tipps hier. Was, was habe ich denn? Ähm. Oh, komm jetzt, ey, lass mich nicht im Stich hören. Wie lang noch, Jonas? 20 Sekunden. Oh, Gott, ist das... Oh, jetzt habe ich ein bisschen... Oh, jetzt fährt das nicht rein. Darf ich sagen? Dann kannst du nahe sein. Morning Glory? Morning Glory? Ähm. Frantic habe ich schon gesagt, einzige Zeuge habe ich schon gesagt. Skioskonsum, ich habe schon gesagt. Komm, du blöde Uhr. Ja! Wie viel hat er? Blade Runner! Ach, ich bin so ein Depp. Und Beldmann 2049. Ah, ich bin so ein Depp. Air Force One. Ja, schrecklich. Wie heißt der mit dem Hund? Scheiße, wie heißt der Hundefilm? Dieser schrecklich animierte. Ach, ähm, ja, Mann, scheiße. Also, du hast leider die Punkte nicht bekommen. Ich zähle jetzt noch ein paar Filme auf. Ich werde jetzt auch das Holiday Special nennen. Air Force One. Air Force One. American Graffiti. Die Blade Runner Filme. Cowboys and Aliens. Das Kartell. Das Kartell, den habe ich gesucht. Hast du gesucht. Sachen Henry, das fand ich aus von meinem... Also, er hat es schon gesagt. Habe ich gut aus von dem gesagt. Hollywood Cops. Äh. Dann K-19. Ich zähle jetzt nicht alle auf. Ich zähle jetzt nur die Größen auf. Ruf der Wildnis. Ruf der Wildnis war es ja. Aber welche Serien hat Harrison Ford? Expendables 2. Ähm, Serie. Das war ein bisschen verwirrt. Welche Serien? Äh, die Leute von der Shiloh Ranch. Die Abenteuer des jungen Indiana Jones. Stimmt aber ja. Da hat er ja auch damit gesucht. Das hätte ich auch noch sagen können. Äh, Mann. Ah, Blade Runner. Warum ist mir denn Blade Runner nicht eingefallen? Iiiiihihi. So ist mir schuld. Direkt Zweifel. Äh. Es tut mir leid, Ströck, aber Marius bekommt 4000 Punkte. Ohne irgendwas getan zu arm aus und zu pokern. Ich habe gepokert. Damit haben wir einen Endpunktestand von 5800 zu 3600 Punkten. Es fühlt sich nicht so verdient an, der Sieg. Muss ich ganz ehrlich sagen. Scheiße. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe gegen Schröck gewonnen. Du gewinnst eine Handvoll. Pilze. Pilze. Donuts. Du kriegst auch eine. Ich bin gerade im Training. Es ist sowieso gut. Du kriegst auch was. Kann man die sehen noch. Die sehen aber auch schon geil aus. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht in euch beiden. Ich fand, das war eine sehr tolle Folge. Und ihr da draußen solltet auch jetzt noch weitere Videos anschauen. Zum Beispiel schaut mal beim lieben Schröck bei Kino Plus vorbei. Die machen auch immer wundervolle Videos. Oder schaut euch das letzte Quiz an, das Alper gegen Schröck gespielt hat. Wie das ausgeht, müsst ihr dann da schauen. Ja. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald hier auch mal wieder sehen, Schröck. Lieben gerne. Gerne mal eingeladen. Vielen Dank für die Einladung. Ich komme immer wieder gerne. Und jetzt habe ich einen neuen Anreiz. Ich muss diese Schmach beim nächsten Mal wieder ausbügeln. Das kann nicht sein. Ja. Dass ich selbst verschuldet auch noch verloren habe. Dann sehen wir uns dann. Ciao. Tschüss. Ciao.